und die bullen rennen weiter zumindest im großteil des marktes ist eine gute stimmung zu sehen aktuell fangen wir mal mit dem dax an er hat es tatsächlich geschafft er hat sogar mit einem gap deutlich noch mal nach oben heute die bewegung nach oben fortgesetzt ja wie passt das denn charttechnisch seit wochen reden wir von der abwärtsrichtung naja aber erst wenn er sie auch wirklich los tritt und es gab ja keine anzeichen für short zwar hinweise dass die aufwärtsrichtung bald zu ende ist aber irgendwie ja noch null anzeichen und solange es halt keine anzeichen dafür gibt bleibt es die aufwärtsrichtung also nach wie vor nach oben trotz alledem ich bleibe mal kurz beim tageschart so abwegig ist das bild nicht wir hatten ja im großen schon mal ausgemacht irgendwie so eine bewegung und wenn ich mir die hintere angucke hätten wir jetzt auch schickerweise bei der hinteren ein fünffäller ich mache es noch mal zack hier war eine pause zack hier war eine pause zack wenn ich mir das so genau angucke das ist ein fünffäller und damit sind wir tatsächlich jetzt auch dann vollständig mit dieser letzten aufwärtsbewegung das heißt die fünfte der eins zwei drei vier fünften und das ist nun mal gerne das letzte also das allerletzte was wir hier gerade sehen na gut wollen wir nicht übertreiben insgesamt hat es aber durchaus die realistische chance das was wir jetzt hier sehen sozusagen der letzte anstieg dieses anstiegs hier jetzt so langsam aber sicher ist ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt jetzt einfach short zu gehen weil das wird doch so schön passen rüdiger nein das würde ich nicht empfehlen allerdings wir dürfen nicht zu blauäugig sein dass das nicht passieren kann wer long ist bleibt weiterhin long zieht hinterher zum beispiel den supertrend ich würde allerdings aufgrund dessen dass wir jetzt ja dann langsam erwarten können dass der kurs hier irgendwie zurückfällt fibonacci 50 prozent sehr häufig auch so das letzte tief hier also die vierte welle das ist so eine klassische marke dass die ganz gerne mal angesteuert wird das muss nicht sein aber das wäre sehr typisch wir können es auch mit fibonacci hier noch mal in einklang bringen also all das ganze wäre gar nicht so arg weit von der hand zu weisen und deshalb vielleicht jetzt von diesem übergeordneten im tageschart auf eine stufe kleiner gehen zum beispiel ab jetzt dann langsam im vier stunden chart auf parabolik oder supertrend zu gehen vielleicht sogar noch eine stufe kleiner 15 minuten ist 15 ist mir zu eng also da sehe ich schon moment mal ich will ja hier nicht bei den kleinen sachen raus geflogen sein historisch werden wir ja nicht weil wir jetzt ja erst umstellen sozusagen aber das ist zu klein ich mache mal hier auf stunde damit wir mal so ein vergleich haben ja das sieht doch ganz gut aus also wenn ich tatsächlich sage wir sind jetzt hier so am letzten ende was wir hier haben der bewegung also das hier das was wir haben dann wäre vielleicht stunde knapp zu eng aber wäre ganz gut dann liegen wir ungefähr hier ich sage mal so pi mal daumen 15.300 in etwa je nachdem ob man 313 für die grünen supertrends oder 279 hier für die roten parabolik hinterher ziehen will wer nicht ganz so eng machen möchte könnte hier im vier stunden chart das ganze machen ich will euch damit nur eine orientierung geben also ich halte es für sehr realistisch dass der kurs bald dreht aber ich sehe es noch nicht also um himmels willen bitte jetzt keine short position blind links eröffnen im sinne ja jetzt funktioniert das ganz sicher es besteht hier im kleinen immer noch die chance dass wir hier ja auch noch fünf fälle zu kriegen haben sprich dass jetzt hier noch mal sowas passiert und dann quasi in dieser fünften welle das ist also das was wir hier sehen dieses teilstück ist das was ich hier gemalt habe und ihr seht eigentlich würde das was wir hier vorne an pause haben da oben nochmal kommen müssen also vielleicht sogar ein bisschen höher würde noch gehen also noch nicht zwingend jetzt sofort auf endzeitstimmung gehen im gegenteil sieht ja noch nicht so schlimm aus aber wie gesagt auch nicht blauäugig sagen kann gar nicht runter gehen das halte ich für sehr gefährlich und das wird meistens teuer bestraft deshalb tipp versucht es mit nach sie stopp und solange es läuft alles super und wenn er dann doch dreht sagt ja guck mal noch mal ein stück mehr mitgenommen passt schon so weit das aktuell hier jetzt was zu tun finde ich jetzt nicht irgendwie sinnvoll oder notwendig gucken wir lieber nach amerika da möchte ich anfangen mit dem s&p 500 und zwar einmal ganz kurz akademisch einfach damit ihr nochmal das immer ich weiß viele sagen du wiederholst sich so häufig ja ich weiß aber das mache ich deshalb damit es sich einprägt damit ihr sagt jetzt sehe ich das langsam auch wenn ihr eine bewegung wie diese seht dann vermutet ihr dass es eine schnelle ist wenn ihr eine seht die diese hier dann vermutet ihr dass das eine korrektiv bewegung ist diese sollte allerdings zurücklaufen messe vom tiefsten punkt zum höchsten punkt sollte zurücklaufen in diese zone das ist wichtig nicht zu früh long gehen nicht hier schon versuchen long zu gehen ja war doch hier schon nein wartet bis er in diese zone reingegangen ist das ist auch tatsächlich passiert und ihr erahnt ist das ist genau passiert mit fedchef aussagen hier also mit der notenbank und anschließend der kurs nach oben und hat genau das gemacht so mehr oder weniger was wir erwarten nämlich dass er die gleiche länge die wir da vorne haben hier nochmal macht also das hat sich hier ebenfalls nochmal ergeben als grober richtwert das ganze keine sorge das haben wir nicht gehandelt und hätten wir auch nicht gehandelt nicht weil das muster doof ist sondern weil ich rundum herausgabe solcher termine nicht handel denn auch wenn das hier ein toller trade wäre vermutlich wäre man nicht so schön reingekommen wie man sich das wünscht also insofern ist das was ich euch jetzt hier konkret zeige nur eine leseübung nicht jetzt eine guck mal wie schlau sondern eine leseübung so muss das in etwa aussehen damit das gut wird und dann hat man die besten voraussetzungen für eben nochmal fortsetzung nach oben jetzt sind wir aber schon ein ganzes stück gestiegen jetzt wie sieht es denn aktuell insgesamt aus nachdem wir jetzt schon fast auf die höhe wir hatten das hier irgendwo gesagt wenn er die 68 8 überschreitet dann ist die frage geht es auf die 78 wenn er die 78 überschreitet nur noch mal messen das habt ihr doch bestimmt schon wieder vergessen sobald er diese marke überschritten hat das war vor ein paar tagen haben wir gesprochen wenn diese marke überschritten ist dann ist es recht realistisch dass er auch diese marke nochmal überschreitet er hat so ein bisschen anlauf genommen und jetzt sind wir quasi dran aber überschritten haben wir sie noch nicht also ein bisschen mehr potenzial ist noch da aber wir haben mehr oder weniger das gesehen das ist allerdings eine statistische größe bitte geht nicht davon aus immer wenn er diese marke überschreitet also gemessen von hier nach da fibonacci 8 sondern es ist nur so dass dann dieses szenario deutlich 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 weniger realistisch ist statistisch gesehen also sprich noch mal neu anlauf nehmen allerdings wenn er jetzt da drüber ist wird das dann doch durchaus nach wie vor spannend sein also der s&p ich habe es eben beim dax gesagt runter kann durchaus noch mal sein wir haben über wochen hier drüber gesprochen dass das korrektiv aussieht das hat sich natürlich in der summe noch nicht so richtig geändert also ich sehe die gefahr dass diese drehung kommt für heute allerdings ich sehe keinen grund hier short zu gehen es gibt noch keine anzeichen für den short wer jetzt heute irgendwie noch ein trade plant oder sich was überlegt der könnte jetzt auf folgendes achten das was ich immer wieder ankündige gibt es vielleicht nachher noch mal eine starke abwärtsbewegung insbesondere von so einer schönen hochposition gefolgt von etwas korrektiven wer jetzt sagt naja es war dann nur so eine kleine das prinzip ist das gleiche stark seite angucken wackelige seite abwarten den ausbruch den trigger sozusagen mitnehmen um die starke seite noch mal zu handeln und dann naja früher oder später vielleicht dann tatsächlich mit der erwartung dass wir nicht nur eine eins zu eins bewegung bekommen also was vorne ist hinten eins zu eins nochmal sondern dass der kurs noch mal weiter geht und zumindest mal diesen anstieg und aufgrund der insgesamt den korrektiven situation vielleicht sogar dann tatsächlich die 3500 nochmal angreifen das aber zu früh für heute nachmittag also ich möchte hier keine panik verbreiten aber seid bitte nicht so blauäugig und sagt völlig aber witzig das kann nicht mehr passieren aber das schicke ist wir kriegen ja ein hinweis vorher zum beispiel scharf runter zum beispiel wackelig und ganz wichtig getriggert wer hier zum beispiel gesagt hat scharf runter wackelig hoch ja alles gut aber nie getriggert also insofern ich hätte hier gerne geshortet wenn er getriggert hätte hat er nicht also wird dann halt nicht short meine güte und war ja jetzt kein fehler dass man da nicht unbedingt short gegangen ist an der stelle also achtet darauf dass ihr nicht vor begeisterung das vorweg nehmt sondern dass ihr wirklich abwartet bis ihr dann auch das wirklich triggert ansonsten ist man häufig auf dem falschen fuß mit dabei und ist dann ärgerlich weil man sagt ja meine idee nicht aufgegangen ja meine ideen gehen ganz häufig nicht auf aber wenn ich bei der hälfte der nicht aufgegangenen gar nicht dabei bin habe ich schon mal die hälfte weniger an verlusttrades als wenn ich alles sofort umsetzen würde na gut das ist jetzt natürlich ein bisschen aus aus der luft gegriffen müsste das natürlich berechnen statistik ein chance risiko verhältnis aber ich glaube ihr versteht ungefähr worauf ich hinaus will so auch beim nasda gibt es im moment keinen grund für die short seite wenn short nicht vorher short gehen bevor nicht so was passiert aus meiner sicht bitte nicht bei so einem starken anstieg jetzt auf die short seite wechseln mit welcher begründung das denn aber wenn er auf welcher zeit eben auch immer das bringt das kann im winzigen sein das kann im mittleren feld sein das kann auch später im vier stunden chart sein zum beispiel so was hier in der richtung ja dann hat man dann die möglichkeit den short dann eben zu eröffnen wenn das passiert super wenn das nicht passiert dann lieber nicht die short seite und dann könnt ihr euch überlegen wann immer ihr noch aufwärtsbewegungen kriegt die so aussehen abwärtsbewegungen die korrektiv sind wir erinnern uns korrektiv ich erzähle euch immer das gleiche dass ihr euch diese videos überhaupt noch anguckt aber ihr seht es sind keine einzel geschichten jetzt hier ja im fünf minuten chart ich handel jetzt selber im fünf minuten chart nicht mehr so häufig früher habe ich das sehr häufig gemacht inzwischen bietet sich das aufgrund unserer gegebenheiten nicht mehr so an aber das ist ein mustergültiges ding wir haben anstieg hier es ist zwar nicht von oben das muss man fairerweise dazu sagen ich hätte es lieber gehabt wenn der kurs von oben dann hätte ich das leichter mit der 1 zu 1 projektion gehabt aber der anstieg hier also korrektiv sieht er nicht aus und der rücksetzer hat gegenbewegungen nämlich da und da die sich überschneiden da weiß die maus keinen faden ab und das heißt ein bruch durch diese marke suggeriert eine fortsetzung im ersten blick würde man sagen 1 zu 1 ja auf jeden fall aber die profis unter euch wissen dann hätte das ein echtes tief sein müssen das heißt der kurs von unten wenn er von 11 schuldigung von oben runter und dann wäre das hier das statt er ist aber von hier gekommen also pause und dann weiter dann weiß man nicht wie weit also er hätte auch schon hier aufhören kann hier hin oder noch weiter also er kann auch weiter gehen das ist nicht das thema aber dann weiß ich mit der 1 zu 1 das nicht diese 1 zu 1 regel gilt nur für die dritte welle also sprich wenn das die erste ist dass die zweite ist dann ist die dritte 1 zu 1 da das aber nicht zwingend die erste ist weil der kurs ja vorne schon von unten kam weiß ich das nicht und kann höchstens sagen kann ja 1 zu 1 sein hätte aber auch weniger sein dürfen trotz alledem alleine dieses verlaufsmuster hat schon klarheit geschaffen naja wenn welche richtung naja aufwärts nichts anderes als aufwärts wenn ich sowas sehe jetzt sehen wir im moment sowas was glaubt ihr was die richtung wohl sein wird wenn der kurs als nächstes sowas macht ja weiterhin aufwärts ja insbesondere also wenn er dann triggert das ist immer wichtig lasst euch dann auch triggern also dass dieses zwischenhoch letzte tief vorletzte tief das hoch dazwischen dass er das durchstößt da wir hier so ein bisschen auch schon halbwegs wieder ein fünfwelle haben müssen wir allerdings damit rechnen dass die nächste korrektur ein bisschen größer wird aber solange sie korrektiv ist wäre das die einladung für nochmals long also für die die noch einen späteinstieg oder einen erweiterten einstieg wollen also nochmal rein wäre das eine möglichkeit für diejenigen die schon drin sind stops hinterher ziehen nach welcher methode auch immer ja oder also ich finde es immer super trend parabolik grundsätzlich ganz gut und habe dann eine ganz gute orientierung muss nicht viel nachdenken der ist ein bisschen arg weit weg wenn ich hier das enge bild angucke finde ich eigentlich auf fünf minuten den super trend ganz okay vielleicht könnt ihr auch 15 minuten nochmal gucken wer sich jetzt stört dass er hier jetzt schon gestoppt wäre ja das kann passieren das ist also die dinger sind nicht optimal diese diese stops wenn ihr sagt ich ziehe es jetzt auf diese methode nach stört euch das ja nicht habt ihr ja hier nicht seid ihr nicht ausgestoppt wenn ihr seht oh gott der ist mir ein bisschen zu eng dann wechselt zum beispiel auf eine andere zeitebene und dann seid ihr da einigermaßen safe so wer nicht so gut ins bild passt das ist der dow jones zumindest mal auf den ersten blick ist der nämlich immer noch nach wie vor also erstens noch nicht mal in nähe dieser dieser hochmarke das zweite ist das sieht immer noch sehr korrektiv aus nach meinem dafür halten mit den vielen überschneidenden rücksetzern in ähnlicher größe hier das und das die sind alle gleich groß und alle überschneidend allerdings ist das eine starke richtung das bisher eine schwache richtung das wäre zumindest mal ein möglicher einstieg wieder für die long seite und wer das nicht abwarten will kann ja hoffen dass der kurs vorher noch mal sowas macht dann könnte man da auch wieder reingehen das allerdings wäre ebenfalls ein fortsetzung straight das heißt wenn er diese marke durchstößt ihr macht das nochmal groß für die das nicht so gut sehen können also das wäre jetzt diese hoch mal diese hochmarke hier der gedanke ist letzte bewegung stark hoch die da war eine schwache runter wir sind sicherlich tief genug aber noch nicht zu tief wenn wir nicht sicher sind messen wir es nochmal nach muss aber auch das tief treffen sonst wird das nichts mit dem richtig messen tiefster punkt höchster punkt in diese kiste sollte er gehen ja so das wäre etwas was er machen kann da seht ihr dass das nicht immer zu 100 prozent klappt weil hier wäre man unter umständen da waren wir auch schon in der box schon long gegangen und dann hätte man hier wäre man dann einmal ausgestoppt worden ja das kann passieren also ich möchte euch nicht suggerieren klappt immer könnte gar nicht schief liegen doch doch das geht durchaus aber das chance risiko verhältnis ist ja deutlich auf unserer seite der nächste einstieg ist der ich für mich ich mache diese trades eigentlich grundsätzlich nie wenn es fortsetzung straight sind also deshalb diesen trade hätte ich jetzt auch nicht gemacht weil das kein tief ist der kurs kam nicht von oben sondern er kam wie ja beschrieben von unten das heißt das ist nicht die erste welle sondern ist schon eine fortgesetzte und dann ist die wahrscheinlichkeit für fortsetzung immer ein bisschen kleiner das muss man wissen aber vorzugsweise ist die long seite immer noch die richtige denn die abwärts seite scheint die falsche zu sein ich würde mich aber notfalls noch mal davon dem gedanken lösen denn dieser teil ist scharf runter hier wackelig hoch würde ich mir sogar noch mal überlegen ob ich da nicht noch mal den short mache ihr seht wer jetzt mich fragt bisher long oder short eingestellt keine ahnung ich bin für beides vorbereitet kriegen wir so ein tief hier nochmal gehe ich an der stelle short richter durch diese marke wäre das ein long wie gesagt konkret würde ich das jetzt wegen fortsetzung nicht so gerne machen aber theoretisch wäre das denkbar noch lieber wäre es mir wenn der kurs jetzt hier hoch geht und wackelig runter dieser trade hat wieder 100 prozent mein platz hat warum weil das ist ein echtes tief denn der kurs kam mir von oben also das ist viel höher als das und das wäre damit die erste welle und die erwartungshaltung dass sich hinten diese welle nochmal anschließt der trade wäre wieder für mich quasi perfekt und wünschenswert wenn der markt sich so entwickelt ob es das tut ja viele wünschen sich immer mach es doch nicht so unkonkret ja ich habe leider den kurs von nachher noch nicht die börse spielt mir die auch in echtzeit zu und nicht schon vorab sonst hätte ich es euch ja schon mal geschickt wenn das sich nachher so aussieht und nachher so aussieht und dann hier triggert dann bin ich an der trigger stelle long stop entweder hier drunter oder die 78er ich nehme immer die 78er und die zielweite ist exakt die gleiche länge hier vorne da hinten nochmal wenn sich nicht ganz sicher ist schaut sich die letzten beiden oder drei tage an videos nochmal an vom index update am nachmittag dort habe ich nämlich das genau gezeichnet wie wir es genau messen das ist also nicht jetzt irgendwie ganz unkonkret ist sondern ziemlich exakt herleitbar wo die entsprechenden marken sind aber dafür brauche ich natürlich diesen punkt noch und diesen punkt solange der noch nicht da ist kann ich das noch nicht anzeigen so ich hoffe dass ihr ein bisschen spaß hattet mit der betrachtung hier dass ihr viel spaß hat mit euren positionen jetzt schon und dass ihr bald viel spaß hat mit den neuen die ihr jetzt vielleicht dann anregt ich drücke euch auf jeden fall die daumen und sage liebe grüße mit der betrachtung hier mit der betrachtung hier mit der betrachtung hier